hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute für die auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel war ich will es mal starten ich habe sie gerade schon heruntergeladen einen account gesucht und gefunden und jetzt habe ich mal wieder bock ein paar gegner platz schießen aber erst mal gucken ob ich das noch kann ist das schon eine ewigkeit her wo ich das das letzte mal gespielt habe 40 euro nein nein auch nicht zwei euro nicht prüfen lönung abholen video angucken dann kriege ich sterne ansehen zweimal dann kriege ich 25 gold ok 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 Vielen Dank. Ach ja. Na gut. Weiter geht's. Wenn ich Video angucke, kann ich gratis öffnen. Wenn ich Video angucke, kann ich Video angucke, wenn ich Video angucke, kann ich Video angucke. Wenn ich Video angucke. Und wenn ich Video angucke, kann ich mir Video angucke. Wenn ich Video angucke. Hm, das sieht cool aus. Naja egal, das brauchen wir nicht. Ein Satz Dann gehen wir mal in den Kampf. Eine halbe Stunde habe ich jetzt zu hören. Dann nehmen wir doch noch auf. Okay, jetzt haben wir uns ausgerüstet. Mit Angriff, mit Abwehr und mit Ressourcen für eine halbe Stunde. Schnell spielen. Wer nehmen wir denn? Ja. 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 Sollte Oh, das ist noch. Ah, schwingte. Okay. Triple kill. Ramboosh! Okay, mein erster ist down. Da haben sie mich wirklich aus dem Spiel gekickt. Das kann doch nicht sein. Naja, auf jeden Fall, das war ein schnelles Spiel. Dann machen wir jetzt mal einer schiehen. Das war's für heute. 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 Gut. Da kommt jetzt der Stärkere dran. Stärker, aber auch langsam. Ich hab vergessen, wie man springt. Das war's für heute. Ah, das war's für heute. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Und... Es sind noch zwei Leute da. Nur noch eine Person da. Und... ... 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 Beine beschädigt... ... 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 springen. Wie kommt man da hin? Na, sieht er mich schon? Also sehen tut er mich aber. Jetzt habe ich einen mit Nahkampfwaffe. Das verspringt. Oh, ich bin jetzt C1. Oh, jetzt hat er Verkampfwaffen. Das ist gut. Verkampfwaffen sind noch nicht alle bereit. Na, ich glaube nicht, dass du das gewinnen wirst. Jawoll. Zipi. Erster Platz. Zerstört den Roboter. Oh, yeah. Also, ein Archie habe ich gewonnen. Ach, habe ich doch schon abgegeben. Das ist immer mal Feuerschaft. Ich brauche drei Siege. Ich lasse mal den erstmal raus. Ich schaue mal mit eine Tasche an. Fünf gegen fünf. Okay. Einer fehlt. Ich lasse mal mit einer Tasche. Das ist immer noch nicht. Es geht. Das war's. Das war's. Ah, du wirst mich von hinten überraschen, ne? Ah, du bist zu schwach. Das war's. Den krieg ich aber noch. Ach, vielleicht doch nicht mehr. Habt er noch gekriegt. Ah, der erste Daun. Okay. Go, 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 go. Das verlieren wir. Scheiße. Mist. Verloren. Also, nächster Kampf. Da wurde ich gekickt. Das habe ich gewonnen. Da haben wir verloren. Jetzt kommt das nächste. Also, es steht bislang 1-1. Ja, auf den Schiff, dann nehmen wir den hier. 3 bei mir und 5 beim Gegner. Was? Was? Das war's. Was? Was? Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, dang it 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 Go, 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 go Und noch ein Schuss Ah, dang it Ah, dang it Ah, dang it Ok Jetzt kommt Natascha Jetzt geht's hier los Das war's Alle down Jawohl Und das haben wir gewonnen Und das war's Ja, das war's Ja, das war's Und das war's Und das war's Und das war's Und das war's Das ist die stärkste Das ist die stärkste Stärkste Panzerung Und das war's 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 das ist von den daumen das sind zwei zwecksehe nicht kaputt ich starte mal hier mit fernkampf daumen die 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 Vielen Dank. Das ist zu klein, wenn der nah rankommt, dann kann ich ihn nicht mehr abschießen. Okay. 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 Ah. Das verlierst du doch. Der Gegner hat noch zwei. Nur noch zwei. Also vier Maschinen insgesamt, vier macht 13, das sieht gut aus. Ach je. Okay. 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 Jetzt siehst du mich auch. Das war's. Einer ist doch da. Ah ganz hinten. Ach Mensch. Bis ich da bin ist der Kampf schon vorbei. Hat er noch eine Maschine? Also das war nicht wie viel Roboter wir haben, sondern wie viel wir es zerstört haben. 16 zu 6. Also auch sie. Das ist doch perfekt. Mal auf Kampf und schauen was zusammen. Da wurde ich rausgeschmissen. Das habe ich gewonnen. Das habe ich verloren und die beiden habe ich auch gewonnen. das ist doch mal richtig nice. Dann hören wir noch schnell meine Sachen ab, die ich hier bekommen habe. Okay. Ja. Alles abgeholt. Und hier haben wir nochmal. Schlüssel kaufen oder nicht? Ne. Lieber warten bis man 1000 Schlüsselmarke hat. Dann kann man eine große Truhe aufmachen. 18 zerstört habe ich heute. Meine Güte. Das ist alles. Videos angucken. Okay. Also 4 Stück. Eins, zwei, drei, vier. Dann werde ich mal sagen, das war es für heute. Mit einer kleinen Runde. Ein bisschen längere Runde. Keine Ahnung. Eine Stunde glaube ich spiele ich schon. In 45 Minuten. Okay. Das war es. Das sind eine Runde War. Robots. Oder 5 Runden. Besser gesagt. Die eine war ja noch nicht mal zu Ende gewesen. Ticket haben wir uns schon abgeholt. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.